Yo, meine Freunde, hier ist The Cake of the Gamer, mal wieder am Start mit Zähnens. Ja, mit Zähnens, so. Endlich mal. Also, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Ey, ey. Ey, was willst du? Nein, nein, uncool. Ja, es ist... Ich hab's ja, ich hab ja schon einen Post auf Facebook rausgehauen, bloß ich weiß nicht, ob das jeder sieht. Ähm, ich wollte schon ein Infovideo drüber machen, aber da hab ich mir gedacht, ach komm, das machst du jetzt nicht. Der Grund, warum Saints Row jetzt so lange nicht gekommen ist, ist, dass Marcel und ich aufgenommen haben und dann hat's bei ihm... Ja, bei mir ging's aber dann nicht irgendwie. Keine Ahnung. Bei ihm hat's einfach keine Audiospur aufgenommen, weil die X-Tour gemeint hat, ach Mensch, weißt du was, jetzt stelle ich einfach mal die Audioeinstellungen um, damit es einfach irgendeinen Scheiß aufnimmt. Das heißt, man hätte nur ihn gehört, kein Ingame-Sound, mich nicht gar nichts. Ja, und dann haben wir nochmal aufgenommen, da hat man gar nichts gehört, das war so sinnvoll. Also da hat er gar nichts aufgenommen, nicht Ingame-Sound, nicht mein Ton, nichts. Ja, und dann haben wir gesagt, ne, wir haben irgendwie keine Lust mehr, wir brauchen jetzt erstmal eine Zeit, um uns zu erholen, weil es ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir die Missionen spielen, die wir jetzt hier machen werden. Also, ich glaube, beim ersten Mal, wo wir es gemacht haben, ist ja dein Ding nicht gegangen, hier deine Aufnahme, weil es auf Livestream gestanden war und diesmal hat's nicht geklappt, weil... Ja, ja, dann nehmen wir das mal an und dann würde ich sagen, machen wir endlich mal... Was ist denn das? Ah, da unten. Machen wir endlich mal die... die... die Ding, hab ich eigentlich das Auto schon? Ich glaube, das hab ich noch gar nicht... Ne, das hab ich noch nicht gespeichert. Schade, das ist weg. Egal, muss ich halt mein Auto nehmen, meinen roten Flitzer. Ey, wie ist der denn jetzt gestorben? Ne, der lebt noch. Gut. Was macht der denn da? Der tanzt. Ah, ja, ist gut. Doch, ist dein Auto schon. Ja, das ist halt einfach... ...n Scheiß gewesen. Aua. Ey, halt. So, ich hol dir gleich alle Instant, ne? Instant geholt. Ist das alles, was du hast? Aua. Oh, mein Auto. Alter, wie sieht denn mein Auto aus? Mein Auto ist noch... Alter, das hat einen Blechschaden, das gibt es nicht, ne? Also, mein Auto ist noch ganz. Dafür muss jetzt irgendjemand zur Hölle fahren. Ich nehme mir mal diese Waffe von denen. Ja, ja, nimm dir die mal. Ich wollte mir die auch gerade holen, aber... Nee, liegt sie doch rum. Wenn ich die mir jetzt nehme, dann kannst du dir die auch nehmen, oder? Ah, ja, richtig. Kann man. Stimmt. Ja, übertreiben kann man es auch. Ne? Tja, kann man schon, aber... Das heißt, weit fliegen die gar nicht. Man kann damit auch... ...eig stammeln. Wir haben schon die Runde geschafft. Überleben eins von drei. Du, 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 du. Hm. Na, passiert ja nichts. Oh doch. Unter uns. Hinter uns. Hehe, FIFA. Explosionskill. Viel gleichzeitig. Schön, dass du so viele Punkte kriegst. Ja, dann schießt du halt jetzt. Hey! Warum können die nicht schneller kommen? Oh, guck mal, da kommt eine. Oh, rauchst du schneller. Oh, ich hab zwar mein Auto weggesch... ...berrengt. Wo ist das? Ja, ich hab's... Ich hab's weggeschossen, eindeutig. Aber dafür ist der Typ verreckt. Ist ja auch schon mal was. Dann nehmen wir halt die... ...die Saints-Kutsche da. So, mein Auto steht da noch. Oh, hallo, Fettstack. Aua, 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 aua. Fliegt dir einfach mal so ein Auto in die... ...in die Sicht rein, ne? Ja, ist klar. Das wäre halt erstmal passiert. Ich kann nix mehr machen, ich brenne die ganze Zeit. Was willst du, hau doch mal ab da. Sieh's ein, du kannst mich nicht wegholen. Ich hab einen unzerstörbaren Körper. Ja, 19 von 26 haben wir ja schon. Ist der platt? Nein, da ist ein Fragenzeichen drum. Ah, so bezeichnet. Okay, Schlägertypen kaputt machen. Ja, jetzt sieht man das endlich mal. Bei mir auch. Ne, Granate und jetzt verreckt. So ist das geil. Ja gut, dann... ...hilfe. Jetzt setzt man da ein. Genau, benutzt den Polizisten als Schutzschild. Bringt vielleicht was. Jetzt kann ich bei meinem Auto nicht einsteigen. Ich glaub, das ist kaputt. Kannst jetzt einsteigen? Jetzt geht's. Ja, das hat... Dann würd ich sagen, Abmarsch. Geht das noch? Alter, das kommt ja nicht mehr vom Fleck jetzt. Wie geil das aussieht. Ich bin mal halb kaputt. Das sieht gut aus. Ich glaub, das lassen wir so. Ich guck mal kurz, wo wir hin können. Da können wir hin. Ich find es so blöd, dass du keine Markierung setzen kannst. Und ich seh die dann auch. Alter, ich kann nicht mehr fahren. 100% Gesundheit. Hab ich jetzt. Nitro, ja, es hat Nitro. Oh. In einer halb kaputten Kutsche fahren wir jetzt hier rum, ey. Ja. Hier läuft aber noch. Das ist mein Auto hier. Das ist unkaputtbar. Upsale. Mann, ich glaub, wir müssen uns gar nicht mehr verstecken. Nee, aber fahren wir so in der Garage. Ach, wir verstecken uns einfach im Domizil. Ach. Dann machst du, da vorne ist doch der Eingang zur Garage. Wann fährst du jetzt? Ja, ich weiß, ich bin nur außenrum, weil der Typ jetzt da hinter mir stand. Äh, was macht der da? Soll ich aussteigen und den jetzt abknallen? Okay. Ist eine D. So, das hast du davon. Egal, warte, warte, warte. Fahr in die Garage, ich versteck mich schon mal. Ja, I'm still on top. Ja, I'm still on top. Da ist der Eingang. Deshalb können wir hier mal wieder ein bisschen Geld abstauben. Lala. Ich weiß, dass die Dinge hier nicht viel bringen. Ich hoffe nur, dass diesmal alles funktioniert, weil ich glaube, sonst hat keiner von uns mehr Lust. Also ich bin drin. Oh, nee, warte, ich muss ja erstens damit gehen. Ich meine mit der Aufnahme. Wenn wir die Mission jetzt nochmal spielen müssen, ich glaube, da hat keiner mehr von uns wirklich Lust. Nee. Also es wäre dann, nee. Scheiß. Da ist er auch schon. Es ist auch Fahndung, alles wieder weg. Wir haben Munition. Oh, naja, Munition sieht noch gut aus. Raketenwerfer können nicht wieder ein bisschen Geld brauchen. Okay, dann können wir ja wieder mal Auftrag anfangen, ne? Ja, können wir. Also. So. So, was ist jetzt? Hm? Was ist was? Was ist jetzt? Ich hab nur gewartet, bis der Typ da vielleicht gequatscht hat. Weil ich mein Auto holen wollte. Ja. Und während der Typ quatscht, kann ich nicht ins Auto rein. Also schon, aber dann sieht man nicht mehr, was er sagt. Auf Deutsch. Oh mein Auto hat nicht ganz so gedriftet, wie ich es wollte. Ah, ein Tempomat hat mein Auto. Das weißt du doch schon länger. Nee. Wie geht der? Er ist der EG. Okay, das funktioniert nicht so ganz. So, jetzt fahre ich die ganze Zeit in der Geschwindigkeit. Da hört man das Auto gar nicht mehr, ne? Irgendwie nicht, ne. Ist leise. Ich knall natürlich gegen den Drecksposten, ey. Das ist so unlogisch. Ich weiß halt nicht, was schneller ist, ob ich jetzt so fahre oder mit Tempomat fahre. Ich hab auch mal gehört, du hast ne Laterne mitgenommen. Ja und? Das soll so sein. Das ist beabsichtigt. Und das alles ohne Fahndung zu bekommen. Ja, das ist schön. Die Stag-Initiative machte eine Milestone für die Stag-Initiative zurückkehren. Was ist die Stag-Initiative? Wenn es für alle freie Porn ist, dann bin ich da. So, was ist die Leid? Oh, ich habe dich hooked, Slim. Sehr discrete. Das ist eine Anruhe, um den Morgenstern zu schießen, direkt in der Stag-Initiative. Was ist das? Sie haben heute eine Auktionierung. Flasch die Auto. Du bist da. Also, was ich? Ich bin ein Eccentrik-Millionärer? Ja, ein bisschen. Ich werde dich auktionieren, als Sex-Slayer. F*** das. Oh, quit being a b**** und get in die Van. Aha. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, in der englischen Version sieht man, was da passiert. Sie haben schöne Farben. Kann sein. Okay. Let's do this. Hey, hey, warum bist du nackt? Warum bist'n du nackt? Weiß ich nicht. F***. Oh, wir haben ja Waffen. Ja, wie auch immer. Ich fühle dich einfach aus meinem Körper. Irgendwie sind wir mutierte Typen, die können einfach ganz so einfach... Hä? Hast du gerade da hingekotzt? Hm. Geil. Yeah. Oh, Flash. Ah. F***. Ich will das Geld. Ach, das ist ein Tier, okay? Steige aus dem Bett. Aua. Warum vibriert der Boden? Was überhaupt hier hoch? Guck mal, was die Sniper können, Alter. Die können nix. Ey, was sind die denn? Nix können die. Was gibt's hier so in den hoeren Türen? Oh, ein ganz normales Bett, Kevin. Was? Was ist das? Ganz normales Bett. Ja, und hier drüben ist schon wieder... Okay. Ich würde es gar nicht sehen. F***. 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 Ich komm. Aua. Aber mein Typ hat keine Sonnenbrille mehr auf, Alter. Er ist überhaupt nicht mehr cool. Wie jetzt? Man, ey. Total uncool der Typ. Ich nehme mir einen Express-Abkürzungsweg. Aua. Das fühlt sich richtig! Oha! Was ist mit dir kaputt? Nix. Komm, Tür auf! Was? F*** mich nicht so dumm an! Entschuldigung! Ich will den Computer drücken. Cool, da läuft irgendwas drauf und trotzdem kann dir irgendwas entsperren. Das ist total unrealistisch. Ich muss sagen, ich mach die Schrotflinte. Zum Glück ist kein PvP an, sonst würden wir uns jetzt gerade gegenseitig den Kopf wegschießen, ey. Hm. Ach. Jetzt knallts! Boah, Alter, die ist weggeflogen vom Schrot, ey. Wer ist das? Ach du Scheiße. Oh man. Das ist das furchtbarste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen hab. Was ist das denn hier für ein kranker Laden, ey. Mach mal den letzten Höhnen auf. Mach das. Umso schneller wir hier weg sind, desto besser ist es. Ich würde nicht mehr gehen. Und, jetzt? Wie jetzt war's? Tja, sei doch, mache ich alleine. Zu älter ja, Nutten nein, okay. Klar mal. Und Geld, dir Bonusgeld. Beziehungsweise Safe Word. Du liest das ja immer schön vor, da muss ich nichts sagen. Festung Safe Word. Jaja, Festung, 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 Vollfestung und so. Ui, Penthouse. Penthouse, okay. Gehen wir mal rein. Wo kommst du denn hier her? Boah, alter, voll. Alter, schwör, ey. Ja, die haben jetzt aber gesagt, wir haben jetzt zwei neue Domizile bekommen, aber wo sind die denn bitte jetzt auf der Karte? Ich hab die bis jetzt noch nicht gefunden. Alter, was für eine geile Aussicht. Die genießen wir mal ganz kurz. Ja, ich nicht. Simons Wohnung. Safe Word. Domizil. Hm. Ah, ich hab Bargeld. Entschuldigung. Okay, Lüder. Ja, es regnet. Es gibt hier so Küche, die ist aufgeräumt. Gewinn. Was? Küche ist aufgeräumt. Oh, in Bad. Nee, 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 jetzt, jetzt ist hier was los. So, jetzt räumt die Küche auf. Ich wende sonst häusliche Gewalt an. Es sind so viele Küchen geworden, ich hab keine Lust mehr. Geil, du fliegst mehr weg wie ich selbst. Nein. Nein. Schnell aufs Fenster springen. Schnell. Aua, was? Insinnert gar nicht. Egal, das sind unzerstörbare Fenster. Och Mann, was ist das denn für ein Schnee? Das ist denn jetzt scheiße. Ich geh mal zum Hildi. Hildi. Was machen die hier? Was ist da los? Was machen die da? Oh. Mein Anniversary kommt und ich brauche ein paar Küchen. Aber Morningster bietet alles die guten Dinge aus Leiter und Leiter. Du musst sie stoppen. Na ja. Okay, dann hol ich mir mal einen Hildi, ne? Warte mal, wo bist denn du? Auf dem Dach. Wie kommt man aufs Dach? Den man die Tür nimmt, wo man aufs Dach kommt. Hä? Wo ist die? Steht dran. Das ist ein Bild vom Hildi dann. Achillipet. Achillipet. Achillipet.